hallo herzlich willkommen bei uns auf dem kanal bei megakaravan in dengesbühl schön dass ihr dabei seid schön dass ihr eingeschaltet habt und unseren kanal anschaut heute ist das thema lithium akku eins zu eins tauschbar fragezeichen und das thema ladebooster bzw ladebooster ja oder nein ladebooster richtig einbauen wenn vorher schon einer drin war stärker und so weiter und so fort da habe ich einige rückfragen gericht und ich glaube da gibt es noch ein paar offene themen wo man mal kurz drüber sprechen könnten der nächste punkt wo mir wirklich am herzen liegt ist ihr kriegt es alle mit ukraine katastrophal also ich muss ganz ehrlich sagen ich bin tief zu tiefst erschüttert und mir fehlen da auch richtig die worte also ich habe gott sei dank das glück gehabt 1970 geboren zu sein und in einer sehr sehr schönen zeit aufgewachsen zu sein da dürfte kind auch noch kind sein und ich hätte in meinem leben mir nie vorstellen können dass ich noch so ein szenarium erleben muss den krieg so nahe und wir wissen alle wie brandgefährlich aktuell die situation ist nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht wir dürfen jetzt alle nicht den kopf in den sand stecken und trübsal blasen sondern ganz im gegenteil und wir möchten auch dafür was tun und zwar haben wir ja noch unser spendenkonto spenden ukraine umgetauft in spenden ukraine umgetauft und das wird auch eingeblendet unten seht ihr die kontonummer wo gern jeder was spenden kann wir werden dafür sorgen dass das wieder persönlich abgegeben wird nein wir geben es keiner organisation oder sonst was wir haben hier schon organisiert eine polenfahrt weil da sind aktuell die meisten flüchtlinge aber viele kommen ja auch hierher zu uns oder kommen bestimmt noch einige her zu uns die wollen wir unterstützen die ukraine fluchtartig verlassen mussten familien zerrissen sind kleine kinder und so weiter brauchen wir gar nicht weiter reden was für elend da aktuell herrscht natürlich werden wir aber auch sachspenden entgegennehmen die gern zu uns geschickt werden dürfen bitte wenn dann klamotten schlafsäcke und so weiter da freuen sie sich aktuell auch drüber weil es ist immer noch kalte jahreszeit und die sind teilweise kilometer zu fuß unterwegs und brauchen einfach irgendwelche dinge und auch sachspenden nehmen da unheimlich gern entgegen einfach auf der verpackung oder auf den karton dann draufschreiben spende ukraine weil dann packen wir das natürlich auch gar nicht erst aus und wir haben auch hier einen transport polnische grenze wo dann zu polen ukraine das ganze übergeben wird und dementsprechend dann die leute damit ausgestattet werden und ich glaube das ist eine gute sache und da müssen wir unbedingt tätig werden und müssen da einfach was tun und drum hier mein appell an euch unterstützt uns vielleicht da ein damit wir da bisschen was zusammenkriegen in form von finanzieller unterstützung oder sachspenden ganz egal jeder euro zählt jeder einzelnen dem er helfen kann zählt ist eine ganz wichtige sache dann habe ich noch einen punkt und zwar aus aktuellem anlass auch diesen punkt meine kollegen haben es schon immer mal erwähnt auch ich muss es jetzt anscheinend erwähnen weil ich habe heute auch zwei telefonate gehabt die waren ein bisschen seltsam kunden möchten neuen lithium akku haben ja und was der kosten würde ok lithium akku kostet es aber dann kommt halt noch ein bau dazu ja wie ein bau ja wir verrechnen da circa drei stunden einbau warum verrechnet ihr drei stunden einbau akku ist doch schon also kann man doch einfach rein und raus ich möchte hier mal ein bisschen klarstellen haben auch wie gesagt meine kollegen schon gemacht oder auch gemacht auf ihren kanal aber ich möchte auch noch mal dokumentieren ein akku tauschen wenn man von agm oder gel auf lithium geht das ist der tausch dann ist es nicht einfach in fünf minuten gemacht zu 90 prozent befinden sich die akkus unter dem sitz sitz muss raus sitz muss wieder rein das ist schon mal fast die erste stunde weg dann müssen zu 80 prozent die ganzen kabel umgekrimmt werden warum ganz einfach weil die vorher auf einem pol drauf waren und die lithium batterien wenn sie ich verbau die sind nicht auf dem pol da kommt der ganze schump so nicht mehr drauf dann muss man die ganzen kabel umkrimpen dann hat man oft das problem dass bei lithium die pole genau andersrum sind da wo plus ist ist dann minus und umgekehrt und das ist genau die schwierigkeit jetzt reichen oft die kabel nicht dann müssen die verlängert werden und also zwei drei vier stunden sind da ganz schnell weg für nur einen akkutausch ja das muss ich natürlich auch berechnen weil ich kann ja nicht einfach sagen ja akku und dann der rest geht umsonst also sorry das geht nicht also ich weiß ja gar nicht warum man so mutmaßung hat weil ich sage immer derjenige also bitte nicht persönlich nehmen aber derjenige geht ja auch nicht umsonst für sein chef arbeiten und genauso wenig werde ich umsonst einen akku einbauen können weil ich meine geht ja nicht also ich kann ja nicht irgendwas umsonst machen bloß weil es halt toll ist und ist ja kein problem ich meine jeder kann es ja auch selber tun wenn er den einbau nicht haben möchte ist ja kein thema aber ich verstehe die situation nicht ganz warum es da diskussion gibt weil jeden anderen einbau gibt es keine diskussion aber beim akku ist es irgendwie immer so infrage stehen und das verstehe nicht und wenn man halt mein lithium akku vernünftig einbaut und vernünftig befestigen will und vernünftig anschließen will dann muss man kabel krimpen muss man halterung um ändern weil der die größe nicht mehr passt muss alles anpassen und das dauert halt einfach schlichtweg ein bisschen zeit aber das waren meine zwei punkte bitte vergesst nicht die ukraine mal gucken vielleicht habt ihr irgendwo was oder fünf euro übrig oder wasser gerade nicht mehr braucht viele haben vielleicht nur ein paar alte kleidungsstücke jacken gerade jetzt winterjacken alte oder sonstiges die aber natürlich noch gut sind da immer wieder ein bisschen aber dann nehmen wir die gern für euch hingegen und leiten die weiter an den richtigen adresspunkt ja und jetzt kommen wir wieder zum ursprung zurück und gehen mal an die tege am tisch und tege machen wir erst heute abend und quatschen wir über eins zu eins lithium und ladebooster also auf geht's so hier sehen wir schon mal ganz verschiedene arten von geräten und ladegeräte ladebooster und so weiter das ist so ein kleiner auszug was sie jetzt bei mir in der werkstatt gefunden habe um euch so ein paar kleinigkeiten zu zeigen es geht immer wieder die frage um oder beziehungsweise der austausch von einigen herstellern auch der ominöse werbeslogan lithium batterie austausch eins zu eins also wenn man ein eins zu eins austausch darstellen wollen dann heißt ja das auf deutsch gesagt ich schraube die agm oder zwei agm raus und schraube eine lithium rein schließt alles an und das war's und dann geht alles also falsch gedacht und definitiv nein so ist es nicht warum ist es nicht so fangen wir jetzt einfach mal mit dem simpelsten gerät an das ist hier ein ladegerät von cbe wenn wir hier nichts umstellen würden dann wäre das für die lithium batterie gar nicht so förderlich denn weil wir haben hier also ich versuche es jetzt mal ein bisschen aufzustellen eine ganz klare ich gehe mal ein bisschen näher hin hier sehen wir es verschiedene ladespannungen hier können wir nämlich einstellen die situation a die situation b und die situation c und das ist genau der punkt oben haben wir die situation der ladeschlussspannung und auf die kommt es dann auch letztlich an wenn wir jetzt hier zum beispiel auf 14,7 das ist die übliche einstellung für bleisäure und agm batterie weil wir die auch bei lithium machen dann haben wir das problem dass viele lithium batterien in die überspannung gehen und regelmäßig in überspannung gehen und abschalten weil die maximal 14,4 können je nach akku das steht dann auch dementsprechend auf den lithium akku drauf auf was hier eingestellt werden muss nicht jede kann 14,7 viele können nur 14,4 14,3 je nachdem was für hersteller was für typ hier muss man schon umstellen also ist es schon kein eins zu eins tausch mehr das zum thema ladegerät betrifft natürlich alle ladegeräte in aller form es gibt sich verschiedene alle ladegeräte können eingestellt werden was im notfall geht bei den ebl blocks das sind diese blauen kästen wo die ganzen sicherungen drin sind die können meistens keine lithium kennlinie und haben auch meistens keine voltzahl dastehen sondern da steht meist bleisäure oder gel oder agm und gel die gel kennlinie ist sehr ähnlich der lithium kennlinie kennlinie so kann man eigentlich wenn man eine lithium batterie drin hat mit der gel kennlinie auch fahren und ohne probleme laden aber auch dieser hebel muss umgelegt werden auf die gel kennlinie weil sonst funktioniert das ganze auch nicht richtig dann haben wir das gleiche bei die booster also ich habe hier mal einen booster von der firma schaut das ist der 25er booster auch hier steht gel bleisäure agm oder lithium also auch hier seht ihr gibt es eben diese typenwahl auch das muss eingestellt werden das gleiche ist bei dem hier auch hier haben wir durch die tippschalter dementsprechend hier den code für die verschiedenen akkus wo da drin sind und das gleiche haben wir bei dem großen shout booster auch der hier hat hier verschiedene möglichkeiten von agm gel und so weiter hier unten haben wir lithium auch den muss man einstellen dann haben wir das nächste thema stromaufnahme sprich ladegeräte es gibt natürlich viele geschichten wie zum beispiel der lade booster hier wenn der verbaut ist und ich baue eine lithium batterie ein kann ich den natürlich höher takten weil der kann ja auch wesentlich mehr also ihr seht höher 35 wenn man maximaler ausputz steht hier 70 ampere also bei lithium batterie kann der auch dann deutlich mehr weil natürlich die lithium batterien in der stromaufnahme auch wesentlich effektiver sind beziehungsweise wesentlich mehr aufnehmen können wie agm oder gel oder bleisäure und von dem her kann man dann auch den ladestrom höher takten wenn es denn die ladegeräte können beziehungsweise die lade booster aber auch die möglichkeit besteht wobei dann auch wieder bei 70 ampere zu prüfen ist ob die kabel querschnitte passen weil auch das ist in immer wieder ein thema weil durch lithium batterie kann viel fließen die lithium batterie kann es wenn man das auch abfordert muss natürlich auch der kabel querschnitt passen entsprechend ist der kabel querschnitt zu dünn baue ich mir natürlich eine kleine sitzheizung ein weil dann habe ich unwahrscheinliche verluste also ihr merkt schon dieser eins zu eins tausch nein es funktioniert definitiv nicht solar regler betrifft genau das gleiche und hinter mir steht ein tournee den kennt ihr ja schon aus meiner ausstellung regelmäßig wenn ich tournee als lithium umrüste macht der eingebaute solar regler wenn es nur eine platte ist geht es kurioserweise und ich habe den fehler noch nicht richtig raus warum das so ist ist es allerdings eine zweite solarplatte mit da drauf dann spackt er jedes mal bei lithium und das ganze auto kriegt überspannung schaltet komplett ab also es ging schon so weit dass von einem kunden der solar regler nach umrüstung der lithium batterie sogar die platine von der ast zu ziehhilfe durch geschmettert hat ihr seht es ist eben nicht einfach eins zu eins tauschen man muss da höllisch aufpassen es fließen andere ströme und darum muss der rest vom fahrzeug immer angepasst werden so viel wieder zum thema ich rüste mal schnell von agm auf lithium um geht ja ruckzuck warum verlangst du da montagekosten weil genau das das problem ist es muss ja nicht nur der ganze ausbau und umbau wie ich am anfang geschildert habe bewerkstelligt werden es muss ja auch alles durchgeprüft werden dass auch alles wirklich funktioniert und von dem einen fahrzeug wo ich euch gerade erzählt habe war es ja wirklich fakt so also wir haben da lang gesucht bis wir dann dementsprechend den fehler gefunden haben und da wird man dann schon mal verrückt beim akkutausch und die stunden rennen dahin es sind eben auch alle ladegeräte entsprechend einzuschalten einzuschalten quatsch alle ladegeräte umzustellen dementsprechend solar regler umzustellen ladebooster umzustellen das ist ganz ganz wichtig zweiter step sicherungen prüfen kabel querschnitte prüfen und dann kann man sagen okay jetzt habe ich alles mögliche gemacht es funktioniert jetzt und los geht's so viel zum thema lithium batterie 1 zu 1 tauschen ja oder nein ja dann machen wir den zweiten step thema nummer zwei ladebooster ladebooster ja nein also grundsätzlich in den früheren fahrzeugen wo noch keine intelligente lichtmaschine verbaut worden ist ich sage jetzt mal vor euro 6 was hat man es machen können musste man aber nicht unbedingt weil natürlich das über die spannung ging die lichtmaschine lief wenn der motor anging somit wurde die starter batterie hochgedonnert auf die 14 5 14 6 14 7 volt was halt die lichtmaschine da gerade hochgetackt hat automatisch war mehr spannung da gegenüber hinter weil das ja schon im prinzip die angegebene ladeschlussspannung ist und trennrelais macht auf der strom fließt nach hinten in die agm batterie und wird somit geladen beim fahren überhaupt kein problem hat tadellos funktioniert also man konnte einen booster einbauen musste aber nicht der booster ist ja nichts anderes übersetzt von batterie zu batterie ladegerät der zapft nur die starter batterie an und schiebt den strom weiter in die aufbaubatterie jetzt gibt verschiedene leistungs klassen vom booster von 20 25 ampere bis hin zu unserem high end booster hier mit bis zu 60 ampere und da gibt es dann die verschiedenen qualifikationen wobei man immer aufpassen muss wenn keine temperaturfühler an der lichtmaschine sind dementsprechend die lichtmaschine nicht überwacht wird und zum beispiel kenne ich einige die bauen dann zwei viktron 12 12 30 rein das sind ladebooster mit 30 ampere lassen zwei stück parallel laufen kann man auch machen aber ohne temperaturüberwachung wenn die an der lichtmaschine und finde ich persönlich ein bisschen dangerous also schwierig weil nicht beim fahrenden betrieb das ist in ordnung wenn das lichtmaschine kann sondern es ist immer schwierig im stau und zäh fließenden verkehr ihr müsst euch vorstellen in der lichtmaschine ist ein lüfterrad und wenn das auto steht steht auch das rad und das ist genau das problem dann wird die nämlich sehr schnell heiß und geht hoch in die verschleißgrenze und es ist offiziell bekannt könnt ihr überall nachgoogeln wenn man das nicht berücksichtigt da sind schon etliche lichtmaschinen wegen ladebooster flöten gegangen und das kann man eben umgehen mit so einem intelligenten ladebooster der dann die temperatur kontrolliert merkt auto scheint zu stehen temperatur von der lichtmaschine wird immer höher ich regel mein ladestrom mal runter und dann passiert es nicht so jedenfalls das war bei den älteren fahrzeugen kein thema ging ohne probleme musste man aber nicht machen und somit war das okay jetzt kommen euro 6 d temp intelligente lichtmaschine lichtmaschine schaltet ab regelmäßig jetzt geht es definitiv gar nicht mehr ohne ladebooster wir haben aber immer wieder das phänomen wenn wir umrüsten und von euch auch eine einige werkstätten die das anscheinend entweder nicht wissen oder noch nicht gehört haben oder vielleicht vergessen je nachdem wenn ich einen ladebooster in ein fahrzeug einbau wo entweder noch kein ladebooster vorher drin war oder eventuell und ich hatte das kürzlich erst das falsche panel verbaut war weil nämlich in den ebl blocks oder in den anderen steuerung sicherungseinheiten wo auch immer kann sich ein trennrelais verstecken und überall leute wo ein trennrelais drin ist und wir bauen ein ladebooster nachträglich ein müssen wir sollten wir das trennrelais deaktivieren wenn das trennrelais nicht richtig aktuell fachmännisch deaktiviert wird jüngst haben wir das erst gehabt mit einem ladebooster war das falsche panel verbaut war hinten ein trennrelais dran eigentlich war es euro 6 t temp hat schon einen booster gehabt dennoch war aber die schwierigkeit dass das trennrelais aktiv war und hat unseren neuen ladebooster weil er hat aufgerüstet auf einen stärkeren ladebooster hat ihn nicht laden lassen weil dann der strom ja letztlich im kreis wandert das ist ja das problem man muss sagen das trennrelais die starter batterie dann kommt das trennrelais macht auf strom fließt in die aufbau batterie jetzt bauen wir einen booster ein also bauen wir einen booster ein das heißt wiederum starter batterie booster aufbau batterie jetzt ist aber das trennrelais auch offen und jetzt boostet ja der booster mit hohen strömen und dann ist unten ist trennrelais offen und was macht der strom fließt wieder zurück also das heißt letztlich also man nennt so ist jetzt fachmännisch nicht ganz korrekt aber dass man sich bildlich besser vorstellen kann und der strom läuft quasi im kreis und bleibt nirgends hängen das ist eigentlich die große schwierigkeit und die batterie wird die aufbau batterie wird dann beim fahren eher entladen statt beladen obwohl ihr einen booster eingeladen habt und das war so ein fall da hat man vom wcs den ladebooster eingebaut und die schwierigkeit war wirklich dass er beim fahren die batterie entladen hat weil das trennrelais natürlich geschlossen hat also hat den kontakt hergestellt motor ist gelaufen die plus signal war da baff relais reagiert lässt den strom wieder zurück katastrophal also ihr seht auch so ein booster einbauen ist nicht mal einfach so schnell und ohne große komplikationen gemacht also auch beim booster einbauen sollte man schon elektrische vorkenntnisse haben vor allem müsste man die ganzen fahrzeug einbauen kennen also die elektrischen einbauen sprich die paneele was da verbaut werden ebl oder was da immer alles drin ist cbe und wie die alle heißen denn jeder funktioniert anders und dann gibt es ja auch unterschiedliche beim einen reicht es wenn man brücke rein macht beim nächsten muss man das trennrelais öffnen beim anderen muss man das beim anderen muss man jenes es ist höllenschwierig weil das wirklich überall anders ist wieder zurück zu dem euro 6t temp in der regel ist ja da schon ein lade booster verbaut das heißt in der regel wenn nicht ein falsches panel verbaut ist was ja mal passieren kann ist dementsprechend schon ein booster drin und das trennrelais deaktiviert und gar nicht vorhanden kann auch sein das heißt jetzt können wir hier leicht an anderen booster einbauen funktioniert jein stimmt kommt drauf an wenn ein bis zu 30 ampere booster drin ist dann stimmt es weil dann kommt er gut mit dem kabel querschnitt klar aber wenn wir jetzt natürlich einen 50 60 ampere booster einbauen oder sogar ein master slave und zwei lade booster einbauen dann funktioniert das definitiv nicht mehr weil dann die kabel querschnitte wieder nicht mehr ausreichen vor dem vorher kleineren booster und dann müssen wir hier definitiv größere kabel querschnitte ziehen weil 25 ampere bei 12 volt 50 bis 60 ampere bei 12 volt ist doppelte das heißt auch doppelter kabel querschnitt letztlich wenn man es auf safe machen will also wenn hier ohne probleme in zehn quadrat verlegt ist dann muss man hier schon in die nächste kiste greifen also 16 wäre dann schon ein bisschen wenig dann gehe ich schon fast eher auf 25 aber auch das ist so eine sache wo man dann halt entscheiden und prüfen muss vor ort aber fakt ist jedenfalls auch bei lithium batterien macht der ladebooster natürlich sinn weil er spaß macht weil höher der ladebooster ist kurze strecken fahren ruck zuck ist der akku voll wenn man mit 60 ampere laden kann bei 200 amperestunden sind es gerade mal drei stunden autofahrt und die karre ist wieder voll mit dem trennrelais fährt man schon wesentlich länger und mit einem 25er ladebooster kann man sich wieder ausrechnen sind es halt paar stunden mehr ja soviel zum thema ladebooster sinnig oder unsinnig ich finde ein ladebooster auf alle fälle wichtig gerade im wohnmobil und vor allen dingen wenn man lithium batterien verbaut oder lithium batterien hat zum einem weil die ströme passen der fährt die richtige lithium kennlinie punkt eins punkt zwei weil eine lithium batterie natürlich viel höhere ströme aufnehmen kann warum soll ich mir das nicht zunutze machen und nur mit so einem kleinen ladebooster da rumfahrendieren wenn ich wenn ich kommt natürlich immer auf die kapazität drauf an aber wenn ich drei vier fünfhundert amperestunden lithium drin habt dann macht zur 25er schaut echt kein bock mehr dann muss schon ein bisschen was größeres rein unter der bedingung kabel querschnitte geprüft und trennrelais gecheckt damit es dann auch ordentlich und sauber funktioniert und dann sollte dem ganzen auch nichts mehr entgegen sprechen und soll ja auch spaß machen ja das zu dem thema ladebooster und lithium batterien und jetzt schauen wir noch mal ein kleines schmankerl in die werkstatt weil da habe ich noch was für euch ja hier haben wir einen eura stehen ein wunderschönes fahrzeug ein eura profilia rs also ist echt ein tolles auto eura gefällt mir sehr sehr gut was kriegt er ich mache meinen kleinen schwenk auf unser werkbank tada er bekommt eine truma dieselheizung hier haben wir die aktuelle heizung schon ausgebaut die ist schon hier gut verstaut hier haben wir schon soweit alles vorbereitet und hier sehen wir dass wir nichts sehen weil hier kommt die neue dieselheizung rein also ganz tolle geschichte auch das ist wieder tolle arbeit unter anderem verbauen wir dann noch hier auf dem dach eine wlan an der also ja eine wlan wlan lte antenne die kommt hier auch noch drauf die machen wir hier drauf und das fahrzeug hat schon wunderschöne module bekommen von wcs technik der war schon mal bei wcs und hat hier zwei solarmodule verbaut bekommen und einen akku ich habe gar nicht geschaut was noch ich habe nur gesehen dass das auto schon da war woran sieht man das immer an dem wunderbaren schild zum einem und zum zweiten natürlich an dem schönen display wo man die akku stände unheimlich gut ablesen kann also ein tolles tolles messinstrument hier richtig schick ja hier bauen wir eben wieder dieselheizung ein und eben die lte antenne und dann kriegt er noch zwei drei andere kleinigkeiten ja dann ist das fahrzeug auch schon wieder durch so und hier steht noch unser niesmann und bischof da sage ich nur ich verrate nicht zu viel weil den zeige ich euch im schnitt wenn er fertig ist nach und nach machen wir da ein kleines video drüber aber das möchte ich erst dann machen wenn die kunden da waren und das fahrzeug schon wieder geholt haben weil da gibt es eine kleine überraschung ja das war mein anliegen was ich euch sagen wollte was booster und lithium betrifft ich werde mich tierisch freuen wenn auch eure kommentare wieder unten erscheinen wenn ihr mir fleißig schreibt was ihr davon haltet wie ihr das sieht seht auch eure erfahrungen ist ganz wichtig daraus lernen auch wir immer wieder dazu muss man auch ganz ehrlich sagen also es gibt ja trotzdem immer wieder anregungen auch von eurer seite aus wo immer ein thema ist und auch die nehmen natürlich unheimlich gern entgegen und lesen die auch durch und beantworten die auch entsprechend ich sage ganz lieben dank fürs zuschauen schön dass ihr wieder dabei wart schön dass ihr eingeschaltet habt ich wiederhole es nochmal kontonummer ist unten noch eingeblendet bitte unterstützt uns gegen den wahnsinn und helft so ein bisschen mit den ukrainern was da gerade abgeht katastrophal ich freue mich jedenfalls über eine kleine spende bzw sachspende ganz egal um was es geht wir organisieren das ganze wir geben das ganze wieder persönlich ab wir versuchen da wirklich was zusammen zu bekommen damit da jemanden oder auch mehreren geholfen werden kann ich bedanke mich bei euch bleibt mir gesund passt auf euch auf und bis zum nächsten video ciao ciao